Grüezi miteinander! 21 Stände, 24 Kantone. Wir haben nur noch zwei Orte vor uns. Und mit dem Kanton Schwyz befinden wir uns heute beim zweiten der drei Urkantone. Schwyz war 1291 beim Bund der drei Urkantone mit dabei. Das Siegel von Schwyz ging über die Jahrhunderte übrigens verloren. Zu diesem Bundesbrief von 1291 kommen wir später noch einmal zurück. Einzelne Streufunde im Gebiet des heutigen Schwyz belegen, dass es hier schon vor Tausenden von Jahren Menschen gab. Allerdings ohne dauerhafte Siedlungen. Die dauerhafte Besiedlung fand erst um 700 statt. Und zwar durch die Alemannen. Behalte diese Tatsache ein wenig im Hinterkopf. Also, dass es in diesem Gebiet schon vor mehreren Tausend Jahren Menschen gab, erst aber die Alemannen dauerhaft zu siedeln begannen. Das reimt sich sogar. Man geht unter anderem davon aus, dass die Schwyzer gemeinsam mit den anderen Waldstädten im Bundesbrief von 1291 ihre relativ jungen Freiheiten verteidigen und bewahren wollten. Welche Freiheiten überhaupt? Im Falle von Schwyz jene, die der Ort im Jahre 1240 erhielt. In diesem Jahr erreichten sie die Reichsunmittelbarkeit. Reichsunmittelbar bedeutet, dass sie direkt dem Kaiser, damals Friedrich II., unterstellt waren und gewisse Freiheiten zur Selbstverwaltung erhielten. Dieser Schritt war für die Schwyzer vor allem deshalb wichtig, um ihre Interessen gegen die Regionalmacht Habsburg durchsetzen zu können. 51 Jahre später, 1291, schlossen die drei Urkantone einen Bund, um sich gegenseitig Garantien zu erteilen, gewisse strafrechtliche Aspekte zu klären usw. Dieses junge Bündnis sollte 24 Jahre später eine Schlacht schlagen, die nicht nur wegweisend für das gesamte eidgenössische Bündnissystem war, sondern zu einem Bund führte, der wohl wesentlich zentraler für unsere Entwicklung war als der Bundesbrief von 1291. Was ist passiert? Im Zentrum stehen die Schwyzer und das Kloster Einsiedeln und eine Grenzziehung. Die Schwyzer rodeten und bevölkerten das Weideland, das zum Kloster Einsiedeln gehörte. Die wiederum fanden diesen Landraub nicht wirklich nett und baten um geistlichen Beistand. Und erhielten ihn auch. Der Bischof von Konstanz verhängte über Schwyz einen Kirchenbann. Das kam einem Ausschluss aus der Kirche gleich, was für die Landbevölkerung selbstredend eine Katastrophe war. Sämtliche Sakramente sollten ihnen durch diesen Kirchenbann verweigert werden. Die wutentbrannten Schwyzer waren, drücken wir es höflich aus, noch keine feingeschliffenen Diplomaten, sondern sie haben 1314 das Kloster überfallen und geplündert. Zudem sollen sie Mönche gefangen genommen haben, in der Hoffnung, Lösegeld für sie zu bekommen. Das Kloster wiederum erhielt nun nicht nur die Hilfe von Bischof und Kirche, sondern auch von ihren Schutzherren, den Habsburgern. Und auch für die Schlacht, die hier gleich folgt, gibt es verschiedene Interpretationen und Erklärungen. Man geht grundsätzlich davon aus, dass die Habsburger nicht in der Erwartung einer Schlacht Richtung Schwyz ritten und marschierten, sondern eher im Sinne einer Strafaktion, einer Machtdemonstration. Dieses verhältnismässig winzige Gebiet des damaligen Schwyz sollte mit seinem frechen Aufbegehren nicht ungeschoren davonkommen. Die Habsburger planten sorgfältig. In der Stadt Zug versammelten sie ihr Heer und hatten vor, einem unbefestigten Weg entlang des Ägerisees zu folgen. Damit diese List glückte, wurden unter anderem bei Art Scheinangriffe ausgeführt. Die Schwyzer und ihre Verbündeten waren aber vorbereitet. Obwohl sie den Angriff bei Art erwarteten, versammelten sie ihr Heer in Steinen, um auf unvorhergesehene Angriffe reagieren zu können. Als die Eidgenossen vom Angriff über den Hohlweg am Ägerisee erfuhren, brauchten sie nicht lange, um ihre Truppen zu verschieben. Der eigentlich gute Angriffsplan der Habsburger war zugleich ihr Verhängnis. Die langgezogene Kolonne entlang des Sees war für die eidgenössischen Truppen ein leichtes Ziel. Sie nutzten See, Wald und Hänge, um die Habsburger zu trennen, durch das herabfallende Geröll und Gestein scheuten die Pferde und die Überzahl und die schweren Rüstungen der Habsburger waren nicht nur nutzlos, sondern oft ihr Todesurteil. Sie wurden entweder direkt in den See oder in die versumpften Gebiete südlich davongetrieben. Die Habsburger wurden 1315 am Moorgarten vernichtend geschlagen. Über die Opfer- und Truppenzahlen existieren nur Schätzungen. Möglich wäre eine 8- bis 10-fache numerische Überlegenheit der Habsburger. Auf eidgenössischer Seite sollen nur wenige Kämpfer gefallen sein. Und im Anschluss an diesen bahnbrechenden Sieg gerieten einige Dinge ins Rollen, die langfristig wohl sehr zentral für das Weiterbestehen des Bündnisses waren. Erst einmal wurde 1315 der Bundesbrief von Brunnen besiegelt. Brunnen liegt im Kanton Schwyz, direkt am Vierwaldstättersee. Dieser Bundesbrief, den man auch Moorgartenbrief nennt, ist der erste eidgenössische Bundesbrief, der in deutscher Sprache verfasst wurde. Und all die Ungewissheiten, die noch heute mit dem lateinischen Bundesbrief von 1291 und dessen Übersetzung bestehen, sind hier nicht mehr vorhanden. Hier ist ganz eindeutig und unmissverständlich von Uri, Schwyz und Unterwalden die Rede. Zudem finden wir in diesem Dokument das erste Mal den Begriff Eidgenosse. Hier besiegeln die drei Urkantone ihren Willen, keine fremden Herren zu akzeptieren, ausser alle stimmen zu. Alle leisten sich gegenseitig Unterstützung, wenn ein Eidgenosse angegriffen wird oder im Unrecht geschieht. Richter dürfen sich ihr Amt nicht kaufen. Und nach aussen sollen die Eidgenossen gemeinsam verhandeln und agieren. Gleich noch zu diesem Dokument bzw. zu den zwei Bundesbriefen von 1291 und 1315. Dieser Bundesbrief von 1315 war in unserem kollektiven Verständnis über viele Jahrhunderte das Gründungsdokument der Urschweiz. Wann und warum hat sich das geändert und warum wich das Jahr 1315 dem Jahr 1291? Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Bundesbrief von 1291 im Archiv von Schwyz wiederentdeckt. In den Jahrhunderten zuvor fand dieses Bündnis fast gar keine Erwähnung. Erst 1891 wurde vom Bundesrat ein 600-Jahr-Jubiläum anberaumt, gestützt auf den Bundesbrief von 1291. Erst durch dieses politische Hervorheben erhielt dieses Dokument eine zentrale Bedeutung in unserem kollektiven Geschichtsverständnis. Und diesem neuen Verständnis unserer Gründung folgte 1899 auch die Entscheidung, den 1. August zum Nationalfeiertag zu erheben, weil der Bundesbrief von 1291 Anfang August geschlossen wurde. Durch Zufall im Archiv von Schwyz wiederentdeckt, eine Idee, 1891 eine Jubiläumsfeier zu veranstalten, und schon ist das historische Verständnis der Schweizer Wurzeln bis heute verändert. Während der Bundesbrief von Brunnen 1315 nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, ist 1291 tief in unserem Selbstverständnis verankert. Und die Bedeutung dieses Dokuments ist historisch wohl heillos überschätzt. Die Übersetzungsprobleme haben wir uns bereits im Beitrag zu Unterwalden angesehen und auch kann selbst bei entsprechender Interpretation keine Kontinuität oder Vorbildwirkung dieses Bundes für die folgenden Bündnisse ab- und hergeleitet werden. Ganz anders eben im Bundesbrief von 1315. Was sicherlich auch zum Mythos 1291 beigetragen hat, ist Schillers Tell. Denn mit diesem Werk haben wir ganz konkrete Bilder, Figuren, Worte und selbst den Eid erhalten, der 1291 gesprochen wurde. Natürlich sind die konkreten Worte erfunden, aber hey, was Besseres kann uns passieren, als dass uns einer, wenn nicht der grösste Dichter aller Zeiten, einen Gründungsmythos widmet. Und wenn wir schon bei Deutschen sind, dann kommen wir gleich zum Namen. Der Kanton Schweiz ist tatsächlich Grund dafür, dass wir als Schweizer bezeichnet werden. Spätestens seit 1315 nach der Schlacht am Moorgarten waren die Schweizer, Urner und Unterwaldener überregional bekannt. Und die Schweizer nahmen in diesem Bündnissystem militärisch eine tragende Rolle ein. Habsburger und süddeutsche Regionen begannen, vereinfacht von den Schweizer zu sprechen. Und spätestens mit dem Schwabenkrieg 1499 in einer abfälligen Art und Weise. Da unten die Schweizer als Bezeichnung für rebellische, brutale und gottlose Kämpfer. Die Eidgenossen selbst begannen diesen Begriff irgendwann aus Trotz und vermutlich auch aus Einfachheit für sich zu übernehmen. Die Schweiz hat ihren Namen also wirklich vom Kanton Schweiz. Und die Bezeichnung Schweizer oder Schweizer für alle Bündnispartner war in erster Linie eine deutsche Aussenwahrnehmung. Woher der Name Schweiz hingegen kommt, das wissen wir nicht. Es gibt grundsätzlich zwei Erklärungsansätze. Der erste ist mit einem Mythos verbunden. Dieser Mythos besagt, dass die Urschweizer aus Nordeuropa, meist aus Schweden, stammen sollen. Zwei Brüder stritten um das Gebiet im heutigen Kanton Schweiz und nach dem siegreichen Bruder soll das Land benannt worden sein. Das erinnert natürlich stark an die Gründungssage Roms mit Romulus und Remus. Die anderen Erklärungsversuche sind Herleitungen aus verschiedenen Sprachen. Es gilt immerhin als gesichert, dass Schweiz weder alemannisch noch lateinisch ist. Und das ist gut möglich, denn wie ich zu Beginn erklärte, gilt die Anwesenheit von Menschen in diesem Gebiet vor den Alemannen als gesichert. Einige versuchten, den Namen aus dem Keltischen herzuleiten, andere wiederum versuchten, nordische Sprachen zu bemühen. Und da kam relativ viel dabei heraus. Es soll aus dem Gallischen kommen und so viel wie Schweinsberge bedeuten. Es soll aus dem keltischen Wort für Tanne entstanden sein oder aus dem indogermanischen Begriff suede, glänzen, schimmern. Das soll eine Lichtung in einem Wald umschreiben. Gewissheit werden wir wohl nicht mehr erhalten. Die erste schriftliche Erwähnung der Schweizer als Begriff und Bevölkerung stammt aus dem Jahre 972. Machen wir gleich weiter mit dem Wappen. Und anders als beim Namen hat die Schweiz ihre Nationalfahne nicht vom Kanton Schwyz übernommen, auch wenn das manche glauben. Das Schweizer Kreuz und das Schweizer Kreuz haben wenig bis nichts miteinander zu tun. Die ursprüngliche Fahne des Standes Schwyz war rot. Und zwar nur rot. Die Farbwahl geht vermutlich auf das Blutbanner des Heiligen Römischen Reiches zurück. Diesem rein in Rot gehaltenen Wappen wurde später ein Eckquartier zugewiesen. Und die Schweizer bildeten in diesem Eckquartier im linken oberen Eck die Arma Christi ab. Also die Folterwerkzeuge, die mit dem Leiden Christi in Verbindung stehen. Etwa ab dem 17. Jahrhundert wurden diese Darstellungen mit einem weissen Kreuz ersetzt. Also das Schweizer Kreuz hat einen klaren christlichen Bezug. 1815 versetzten die Schweizer ihr weisses Kreuz in die rechte obere Ecke. Das Kreuz in der Fahne des Kantons Schwyz ist aber immer noch im linken oberen Eck, also beim Fahnenmast. Eine ziemlich seltene Ausnahme. Bei 23 der 26 Kantone sind Fahne und Wappen identisch. Also dieselbe Anordnung der Farben und Darstellungen. Mit den Kantonen Schwyz, Tessin und Luzern gibt es nur drei Ausnahmen. Hier sehen wir die Fahnen der drei Kantone. Um die Wappen zu erhalten, müssen wir lediglich den Fahnenmast in Gedanken wie eine Art Speer vor uns hertragen. 1963 legten die Schweizer auch klare Masse für ihr Wappen fest. Und für ordnungsliebende Menschen ist das Schweizer Wappen eine wahre Freude. Die Länge eines Kreuzarmes mal drei entspricht exakt der Breite des Wappens. Und der Abstand zu den Rändern entspricht einmal der Breite eines Kreuzarmes. Noch kurz als Auffrischung für das Schweizer Kreuz, wenn ich schon explizit erwähne, dass die beiden Kreuze nichts miteinander zu tun haben. 1339 im Laupenkrieg kämpften die Eidgenossen und verschiedene Verbündete. Und da es zur damaligen Zeit keine Uniform gab, markierten die Eidgenossen ihre Kleidung mit einem einfachen, bis an die Ränder reichenden Kreuz auf rotem Grund. Während wir beim Schweizer Kreuz also einen klaren Bezug zum Christentum haben, ist dieser beim Schweizer Kreuz nicht belegt oder als Kontinuität logisch herleitbar. Es ist mindestens genauso gut möglich, dass ein weisses Kreuz auf rotem Grund gut erkennbar und schnell angebracht werden konnte. Und rot ließe sich zum Beispiel mit der häufigen Verwendung erklären. Die territoriale Ausbreitung des Kantons Schwyz war um 1415 bereits mehr oder weniger abgeschlossen, mit einigen sehr interessanten Ausnahmen. Erst einmal Gersau. Gersau war über Jahrhunderte eine eigene, freie Republik. 1359 wurde Gersau auch in den Bund der Waldstädte aufgenommen. 1390 kauften sich die Gersauer von den Luzerner Edlen von Moos los und wurden eine freie Gemeinde. 1433 bestätigte Kaiser Sigismund die alten Freiheiten von Gersau als Freistaat und Republik. Bis zur Helvetik 1798 blieb Gersau eine eigenständige Republik. Erst wurde der Freistaat dem Kanton Waldstädte, später Schwyz zugewiesen. 1814 beim Zusammenbruch Napoleons und der Mediation erklärte sich die winzige Republik abermals für unabhängig. Diese Unabhängigkeit währte aber nur drei Jahre. 1817 wurde die Republik wieder gegen ihren Willen dem Kanton Schwyz angegliedert. Heute bildet Gersau einen eigenen Bezirk im Kanton und es leben knapp 2300 Menschen hier. Die Republik und der Bezirk Gersau führt als Wappen dieselben Farben wie das Dessin. Das ist aber Zufall. Im Falle von Gersau symbolisiert das Rot wohl das Blutbanner des Heiligen Römischen Reichs, das Blau den Vierwaldstädtersee. Ebenfalls erst spät schwyzerisch wurde Reichenburg im Nordosten des Kantons. 1370 wurde die Herrschaft Reichenburg an das Kloster Einsiedeln verkauft. Erst 1789 verzichtete das Kloster auf dieses Gebiet. Es sollte aber noch einmal bis 1831 dauern, bis das Gebiet von Reichenburg den übrigen Gemeinden gleichgestellt wurde. In die 1830er Jahre fällt auch eine schwyzer Eigenheit. Wir haben heute sechs Kantone mit halber Standesstimme. Um ein H hätten wir aber acht, denn auch der Kanton Schwyz drohte auseinanderzubrechen. In die Innerschwyz, also sozusagen das Urgebiet des Kantons, und die äusseren Gemeinden im Nordosten und Küssnacht im Westen. Und das ohne wirklich guten Grund. Die Urschwyzer gewährten ihren neuen Gebieten im 15. Jahrhundert eigentlich weitgehende Autonomie und Gleichstellung. Erst im 16. und 17. Jahrhundert begannen die Schweizer, ihre äusseren Gebiete schlechter zu stellen. Freiheiten Stück für Stück zurückzufahren, Rechte und Ansprüche zu beschneiden. Die Spannungen erreichten 1798 ihren Höhepunkt. Als die Franzosen einmarschierten und die Schweizer ihre äusseren Gebiete zum Kriegsdienst aufforderten, verweigerten sich diese. Verständlich, denn mit der Helvetik wurden Untertanengebiete abgeschafft. Nur die Franzosen und die Mediation gingen später wieder unter. Und die Altschwyzer versuchten, die alte Ordnung in ihrem Kanton wiederherzustellen. Als sich die Schweizer weigerten, die äusseren Gebiete wieder gleichzustellen, zerfiel der Kanton. In die Innerschwyz und in die äussere Schweiz. Schweiz ließ Küssnacht anschliessend militärisch besetzen, und mit dieser Besetzung schaltete sich die Eidgenossenschaft ein. Eidgenössische Truppen besetzten den gesamten Kanton, und die zerstrittenen Bezirke einigten sich auf eine Wiedervereinigung. Heute leben im Kanton Schweiz knapp 163.000 Menschen. Im gleichnamigen Hauptort leben etwas mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wie wunderschön es in diesem Zentralschweizer Urkanton ist, das habt ihr auf den verschiedenen Ortsbildern schon ausreichend gesehen. Der Kanton Schweiz ist politisch ein klar konservativer Kanton. Mittlerweile sogar eher eine SVP-Hochburg wie die Ostschweizer Kantone. Der stark verankerte Katholizismus und damit politisch die CVP heute die Mitte, ist nicht mehr ganz so stark wie in anderen Zentralschweizer Kantonen. Wie Schweizer sprechen, das hören wir uns von jemandem an, dessen Namen ihr vielleicht nicht kennt, das Produkt, das sein Unternehmen verkauft, das kennt aber unter Garantie jeder, egal von wo ihr zuhört. Und wir sitzen hier im Keller unter einem ganzen geheimen Ort, das ist fast ein feierlicher Moment, denn Karl Elsner Junior tut nicht all den Tag den Tresor auf, wo eigentlich noch das Ur-Sackmesser drinnen aufbewahrt wird. Das ist das Soldatenmesser von 1891, das erste Messer, das wir an die Schweizer Armee liefern konnten. Das war ein bisschen schwer und ein bisschen klobig, und darum hat mein Urgrossvater ein leichteres, ein bisschen eleganteres Morell entwickelt, das hier, und an dem hat er gesagt, Schweizer Offiziers- und Sportmesser, und das ist heute in der ganzen Welt bekannt als Swiss Army Knife. Und das ist eben das, wo ein Zapferzieher dran hat für die Offiziere, und das ist eigentlich das, was die ihr dann auch geschützt habt. Das ist das, was wir am 12. Juni 1897 gesetzlich registrieren haben. Wie kostbar ist jetzt die Sammlung? Also für uns als Unternehmen ist es natürlich sehr wichtig, dass wir die ersten Produkte, die eigentlich der Ursprung von unserem Erfolg sind, dass wir dort sicher ein Modell bei uns im Betrieb haben und auch an interessierten Leuten zeigen können. Wisst ihr denn, wie oft es es noch gibt? Nein, wir wissen nicht von diesen ursprünglichen Soldatenmesser und Offiziersmesser, wie viel das gibt. Wir wissen, dass sie rar sind. So, Dala. Jetzt haben wir gelernt, dass die Bezeichnung Schweizer auf die Schweizer zurückzuführen ist und dass das eine Aussenwahrnehmung war. Und da passt es, wie ich finde, diesen Beitrag mit dem literarischen Juwel zu beenden, das uns auch von aussen geschenkt wurde. Werner von Attinghausens letzte Worte, die er in Schillers Tell sprach. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit sei dem anderen fremd. Hochwachtend stellet aus auf euren Bergen, dass sich der Bund zum Bunde rasch versammle. Seid einig, einig, einig. Hochwachtend stellet aus auf euren Bergen, dass sich der Bunde rasch versammle. Das ist einig, 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 einig. Das ist einig, 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 einig.